Die Kap-Kolonie war eine zunächst niederländische, später britische Kolonie im heutigen Südafrika. Zum Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung erstreckte sie sich vom Atlantischen Ozean im Westen bis zum Fish River im Osten. Im Norden bildete der Oranierfluss, auch bekannt als Garibfluss, lange Zeit die Grenze. Später kam noch das Land zwischen dem Oranier und der heutigen Grenze Botswannas hinzu. Die Geschichte der Kap-Kolonie begann 1652 mit der Gründung Kap-Stadt durch Jan van Riebeek im Auftrag der niederländischen Ostindien-Kompanie. Die Stadt war als Stützpunkt zur Versorgung von Schiffen mit Lebensmitteln gedacht. Großbritannien besetzte das Gebiet 1795 im Verlauf der Napoleonischen Kriege und gab es 1803 an die Batawische Republik zurück. 1806 wurde die Kap-Kolonie im Zuge des britisch-französischen Kolonialkonflikts erneut durch die Briten besetzt. Um Napoleon fernzuhalten und die Seehandelswege zu kontrollieren, am 8. Januar 1806 wurde das Kap-Britische Kolonie. Von 1810 bis 1812 erfolgte eine kurze Okkupation durch das Französische Kaiserreich. 1910 wurde die Kap-Kolonie als Kap-Provinz Teil der Südafrikanischen Union. Die niederländische Besiedlung des Gebiets begann im März 1647 mit der Havary des Schiffes Nüphalem. Die Schiffbrüchigen errichteten ein kleines Fort mit dem Namen Sandfort van de Kapp de Goedehob. Nach ihrer Rückkehr in die Niederlande versuchten einige von ihnen, die niederländische Ostindien-Kompanie zur Gründung eines Stützpunktes am Kap zu überreden. Eine Expedition mit 90 kalvinistischen Siedlern unter dem Kommando von Jan van Riebeek gründete so im Auftrag der VOC 1652 nahe dem Kap der Guten. Hoffnung die erste dauerhafte Siedlung. Van Riebeek gehörte bereits zur Besatzung der Schiffe, die die havarierten Segler retteten. Am 6. April 1652 erreichten sie den Hafen des heutigen Kapstadt mit den fünf Schiffen Rhea, Olifant, Goedehob, Balwisch und Romedaris. Erst 1671 weitete sich die Ansiedlung durch Landkäufe von den Koikhoi über die ursprünglichen Grenzen des von Van Riebeek errichteten Voraus. Die ersten Kolonisten entstammten größtenteils der unteren Mittelschicht. Sie hatten eine relativ gleichgültige Einstellung gegenüber der Entwicklung der Kolonie, da die VOC mehr als den für Seefahrt und Eigenbedarf nötigen Anbau nicht erlaubte. Die Kolonisten nur auf Zeit entsandte und keine Ehefrauen zuließ. Erst ab 1685 wurde aktiv versucht, Siedler in das Land zu holen. Da die Anwerbung in Europa sich anfangs als schwierig erwies, kamen zunächst Malayen in die Kap-Kolonie und begannen die Besiedlung des Hinterlandes. Die frühen malayischen Einwanderer kamen als Sklaven seit dem Jahre 1667 in die Kap-Region. Später brachte man weitere Arbeitskräfte aus Südostasien hierher. Durch diese inhomogene Bevölkerungsgruppe entstanden nach und nach die ersten islamischen Gemeinden in der Kap-Kolonie. Nach dem Widerruf des Ediktes von Nantes 1685 kamen 150 französische Huguenotten ans Kap. Da sie die ersten Winzer in der Kolonie waren, beeinflussten sie durch ihren Bedarf an bestimmten Weinlagen die weitere Siedlungspolitik. So ist das 1679 gegründete Stellenborsch auch heute noch berühmt für seinen Weinanbau. Die Kap-Kolonie dehnte sich jetzt weiter nach Norden und Osten aus. Hierbei kam es verstärkt zu Konflikten mit den nomadisch lebenden Koi-Koi. Diese wurden zudem 1713 und 1755 durch Pocken-Epidemien dezimiert. Einige Stämme blieben schließlich unabhängig, aber die meisten Koi-Koi verdingten sich bei den Kolonisten als Hirten. Trotzdem schwelte der Konflikt zwischen Nomaden und Ackerbauern ständig weiter. 1787 unterwarf die niederländische Regierung die Koi-Koi-Restriktionen, die sie abhängiger von den Farmern machten. Die daraufhin einsetzende Abwanderung der Koi-Koi in Gebiete nördlich der Kap-Kolonie brachte diese wiederum in Konflikt mit den dort ansässigen San. Als die europäischen Kolonisten auch in das Territorium der San vordrangen, gerieten diese zunehmend in Versuchung, das Vieh der Farmer zu stehlen. Es kam zu Vergeltungsaktionen und letztlich zur Vertreibung der San. Kommandos töteten und verhafteten innerhalb von sechs Jahren angeblich über 3000 San. Aus der Organisation dieser Kommandos mit Feldkommandanten und Fähnrichen entwickelte sich das System der lokalen Regierung in den niederländisch besiedelten Bezirken Südafrikans. Die niederländischen Kolonisten importierten zudem Arbeitskräfte aus Indonesien, Malaysia, Madagaskar und Mosambik. Von diesen Gastarbeitern stammen die Cape Kalats ab, die heute den größten Teil der Bevölkerung der Provinz Westkap bilden. Konflikte mit der VOC Die VOC war sich bewusst, dass die Niederlande nicht über die wirtschaftlichen und militärischen Ressourcen verfügten, ein großes Gebiet am Cap im Konfliktfall zu verteidigen. Sie griff deswegen zu Maßnahmen, die das Anwachsen der Cap-Kolonie, die mittlerweile schon bis ins Feld reichte, begrenzen sollten. So wurde die offene Einwanderungspolitik beendet, der Handel monopolisiert und exekutive, legislative und judikative in einer Hand vereinigt. Den Farmern wurde die Fruchtfolge vorgeschrieben und sie mussten einen hohen Prozentsatz ihrer Ernten an die Kompanie abtreten. In der durch diese Maßnahmen hervorgerufenen Unzufriedenheit der Siedler ist der Ursprung der libertarischen Gesinnung zu sehen, die die burische Gesellschaft noch generationenlang bestimmen sollte. Um sich den Restriktionen der VOC zu entziehen, wanderten immer mehr Farmer in Gebiete außerhalb der Kolonie ab. Zur Kontrolle dieser Wurtrecker errichtete die Kompanie Magistrate genannte Verwaltungen in Swellendam und Graf Reinert. Die VOC erklärte außerdem den Gamtus zur Ostgrenze der Kolonie, was die Wurtrecker jedoch nicht daran hinderte, den Fluss zu überqueren. Um Konflikte mit den nach 1600 aus Ost- und Zentralafrika nach Süden und Westen vordringenden Bantu in der Transgai und Kafrerie zu vermeiden, legte der Gouverneur Joachim van Plettenberg schließlich 1780 den Gretfish River als Grenze der Kolonie fest. 1795 vertrieben die bereits schwer besteuerten Buren, die zudem keinen Schutz von der VOC gegen die Bantu erhielten. Die Offiziellen der Kompanie aus den Grenzbezirken und errichteten unabhängige Republiken in Swellendam und Graf Reinert. 1795 marschierte Frankreich in den Niederlanden ein. Britische Truppen unter General Sir James Henry Craig landeten daraufhin in Kapstadt um die Siedlung für Wilhelm V. von Oranien gegen die Franzosen zu sichern. Der Gouverneur von Kapstadt übergab nach anfänglicher Weigerung am 16. September 1795 die Kolonie den Briten. Dazu war er umso mehr bereit, als die Kaukau die instabile Lage nutzten und sich den Briten anschlossen. Ein niederländischer Rückeroberungsversuch scheiterte im August 1796 mit der Kapitulation in der Saldanha-Bucht. Die Buren von Graf Reinert ergaben sich erst, als eine Armee gegen sie ausgesandt wurde und revoltierten 1799 und 1801 erneut. Im Februar 1803 fiel die Kap-Kolonie. Die VOC war bereits 1798 aufgelöst worden, nach dem Frieden von Amins an die Batawische Republik. Viele der von den Briten bereits eingeleiteten Reformen wurden von dieser fortgeführt. Im Zuge der wieder aufflammenden Feindseligkeiten zwischen Großbritannien und dem napoleonischen Frankreich besetzten die Briten 1806 die Kap-Kolonie erneut, um ihre Seehandelswege in den fernen Osten zu sichern, und annektierten diese am 8. Januar 1806. Von 1810 bis 1812 erfolgte dann eine kurze französische Okkupation. 1814 trat die Niederlande die Kolonie dann endgültig an Großbritannien ab. Zu dieser Zeit reichte die Kap-Kolonie bis zum Feld, damals als Land der Buschmänner, bezeichnet, und umfasste eine Fläche von rund 194.000 Quadratkilometer und 60.000 Einwohnern, darunter 27.000 Weiße, 17.000 freie Koi-Koi und 16.000 Nachfahren von einstigen Gastarbeitern unterschiedlicher Herkunft, die meisten davon sogenannte Kap-Malayan. Erster und zweiter Grenzkrieg im Zurwild zwischen Sunday's River und Great Fish River war es schon in früheren Jahren zu Zusammenstößen zwischen den Ixhosa und europäischen Siedlern gekommen. Nachdem die Briten die Kap-Kolonie übernommen hatten, betrachteten sie das Zurwild irrtümlicherweise als Teil der Kolonie. Um 1811 hatten die Ixhosa das Gebiet erneut besetzt und dabei weiße Siedler angegriffen. Im Dezember 1811 wurde das Zurwild daraufhin von britischen Truppen und burischen Kommandos unter John Graham besetzt. Graham drängte die Ixhosa über den Great Fish River zurück und errichtete eine Reihe von vorenntlang des Flusses. Um sein Hauptquartier herum entstand in der Folge die nach ihm benannte Stadt Grahastown. Zwischen Briten und Ixhosa kam es 1817 zu einem Streit um gestohlenes Wie. Am 22. April griffen daraufhin Ixhosa unter Häuptling Magwana das nur schwach besetzte Grahastown an. Die Briten erhielten jedoch rechtzeitig Verstärkung und konnten den Angriff zurückschlagen. Man einigte sich schließlich darauf, das Land zwischen Gretfish und Kaiskammer River zum neutralen Gebiet zu erklären. Diese Auseinandersetzungen führten mittelbar zur ersten großen britischen Einwanderungswelle in die Kap-Kolonie. Da die Vereinbarungen mit den Ixhosa sich als brüchig erwiesen, beschloss der Gouverneur der Kap-Kolonie, Lord Somerset, durch verstärkte Besiedelung der Grenzregion eine dauerhafte Barriere gegen die Bantu-Stämme zu schaffen. 1820 stellte das britische Parlament auf Somersets Vorschlag hin 50.000 Pfund für die Anwerbung von Kolonisten zur Verfügung. 4.000 Briten, Siedler von 1820 genannt, landeten daraufhin in Port Elisabeth und machten Grahastown zu ihrem Hauptort. Zunächst war diese Besiedlung lediglich als Maßnahme zur Grenzsicherung gedacht und wurde von der britischen Regierung zudem als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einige tausend arbeitslose Briten begrüßt. Sie hatte allerdings Konsequenzen für das soziologische Gefüge der Kolonie, die weit über die die Pläne der Initiatoren hinausgehen sollten. Die direkt von den britischen Inseln kommenden Neusiedler behielten eine starke Loyalität zu ihrem Mutterland und bildeten so einen dauerhaften, Gegenpart zu den niederländisch geprägten Buren. Die Ankunft der Immigranten brachte auch die englische Sprache an das Kap. Englischsprachige Verordnungen wurden erstmals 1825 veröffentlicht und zwei Jahre später wurde Englisch-Gerichtssprache. Das niederländische wurde jedoch nicht verdrängt, weshalb die meisten Siedler zweisprachig waren. Das Kap-Gebiet prosperierte zwar unter der britischen Herrschaft, dennoch wuchs der Unmut der Buren gegen die neuen Herren. Teilweise lag dies in der verstärkten Tätigkeiten von Missionaren begründet. Die Missionare machten sich die Interessen der indigenen Bevölkerung zeigen. So protestierten sie beispielsweise bei der britischen Verwaltung gegen eine Regelung aus dem Jahre 1812, die es den Buren erlaubte, einheimische Arbeitskräfte unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen einzustellen. Ein Vorkommnis von 1815 16 bewirkte dauerhafte Verstimmung zwischen Buren und Briten. Ein Bure weigerte sich, einer Vorladung nachzukommen, die nach der Beschwerde eines Koi-Koi an ihn ergangen war. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, schoss er auf die dafür ausgesandte Patrouille und wurde im folgenden Feuergefecht getötet. Dies führte zu einer Rebellion der Buren, nach deren Niederschlagung fünf Redelsführer ins Laktas Neck öffentlich gehängt wurden. Die Umstände der Hinrichtung vertieften den Graben zwischen Briten und Buren zusätzlich. Die Buren sollten nämlich gleichzeitig an einem Galgen gehängt werden, der aber unter ihrem Gewicht zusammenbrach. Daraufhin wurden die Buren einzeln gehängt. Den tiefreligiösen Buren erschien der Zusammenbruch des Galgens als Gottesurteil und die nachträgliche Exekution als Verstoß dagegen. Außerdem stellte es für sie eine Verletzung des Rechts, nachdem der Henker einen verurteilten Straftäter nur einmal hängen durfte, dar. Dies Ereignis wurde für die Buren bis heute zum Inbegriff britischer Rechtlosigkeit und Willkür schlechthin. Weiterhin ersetzte 1827 eine Verordnung die bisherigen Landrust- und Hemradengerichte durch eine Gerichtsbarkeit nach dem Vorbild der englischen Resident Magistrates. Zudem wurde Englisch einzige Gerichtssprache. 1828 wurden, nicht zuletzt auf Betreiben der Missionare, die Freien Schwarzen der Cap-Republik den Weißen Siedlern rechtlich gleichgestellt. 1830 wurden schwere Strafen für die Misshandlung von Sklaven verhängt und 1834 schließlich die Sklaverei gänzlich abgeschafft. All dies verstärkte die Entfremdung der Buren von den Briten und die bisher nur sporadisch vorkommende Abwanderung Weißer Siedler in Gebiete. Jenseits der Koloniegrenze verstärkte sich rapide. Dritter Grenzkrieg an der Ostgrenze kam es inzwischen zu weiteren Unruhen zwischen Isosa und Briten. Im Dezember 1834 ermordete ein Kommando einen hochrangigen Isosa-Häuptling. Daraufhin überschritt eine 10.000-Mann-starke Isosa-Armee die Grenze, plünderte Farmen im Osten der Kolonie und ermordete deren Bewohner. Am schwersten betroffen war eine Kolonie von Freien Keukoi, die 1829 von der britischen Regierung im Teil des Cut River angesiedelt worden war. Der Gouverneur Dörben entsandte umgehend Truppen und nach neunmonatigen Kämpfen kam es im September 1838 zu einem weiteren Friedensvertrag, der den Gerät-Kai-River als Ostgrenze der Kolonie festlegte. Darüber hinaus unternahm Dörben weitreichende Maßnahmen, um das Gebiet gegen weitere Überfälle zu sichern. Er geriet dabei in Konflikt mit dem Kolonialminister Lord Glenelg, der Dörbens Anordnungen widerrief. Da er die Buren als Urheber des Konfliktes ansah, dies führte zu weiterem Unmut unter den burischen Siedlern. Glenelg erklärte in einem Brief an den König, dass das große Übel der Kap-Kolonie in ihrer Größe besteht, und verlangte die Rückverlegung der Grenze an den Gret-Fisch-River entließ er Dörben. Die Kafan, schriebe, hatten eine deutliche Berechtigung für den Krieg, sie mussten sich widersetzen und versuchten zurecht, wenn auch vergeblich eine Reihe von Übergriffen zu rächen. Diese Einstellung gegenüber den Is-Hosa war einer von vielen Gründen, mit denen die Wohr-Trecker ihren Auszug aus der Kap-Kolonie begründeten. Im nachfolgenden großen Treck von 1836 bis 1840 gründeten die rund 14.000 Trecker republikanische Gemeinden jenseits des Oranier und Wal sowie im Natal. Jenseits der Oranier kam es im Zuge des großen Trecks zu Zusammenstößen der Buren mit den Basitfus, San und Grigwa. Um den Autonomiebestrebungen der Buren entgegenzuwirken, wurden einige dieser Stammesgebiete von der Regierung in Kapstadt anerkannt und unterstützt, der erste dieser Treti-States war Grigwellend-West. Weitere folgten 1843 und 1844. Während es an der Nordgrenze daraufhin ruhiger wurde, hielten an der Ostgrenze die Konflikte zwischen Is-Hosa und Siedlern an. 1835 wurden die Buren durch eine neue gesetzgebende Versammlung an der Regierung beteiligt und auch auf wirtschaftlichem Gebiet machte die Kolonie. Fortschritte Ein effizientes Bildungssystem wurde auf Veranlassung von Sir John Herschel, der von 1834 bis 1838 in der Kap-Kolonie lebte, eingeführt. Die Landwirtschaft in den westlichen Provinzen blühte auf und neben Weizenanbau, Viehzucht und Weinanbau wurde vermehrt Schafzucht betrieben. Bereits 1846 war Wolle der Hauptexportartikel. Ein weiterer Krieg mit den Is-Hosa brach 1846 aus. Eine Koi-Koi-Eskorte wurde von den Is-Hosa ermordet, als sie einen Is-Hosa-Dieb in Handschellen nach Grahastown abführen wollte. Wo dieser wegen des Diebstahls einer Axt verurteilt werden sollte. Man verweigerte die Auslieferung des Mörders und NG-Kika und Tanbu-Kisal-Hosa erklärten im März 1846 den Krieg. General Samaset besiegte die Is-Hosa am 7. Juni am Gwangu einige Meilen von Fort Pedy entfernt. Der Krieg ging jedoch weiter, bis sich Sandile, der Häuptling der NG-Kika, ergab. Andere Häuptlinge folgten seinem Beispiel und Anfang 1848 waren die Is-Hosa nach 21 Monaten Kampf vollständig unterworfen.